Hallo Leute, heute schon das dritte Türchen geöffnet, ah fuck, das vierte, ich hab bei der Abmoderation gerade eben auch das dritte gesagt, scheißegal, habt ihr denn schon das vierte Türchen geöffnet, wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt jetzt nachholen, denn wenn ihr euch schon den Adventskalender anguckt, dann müsst ihr auch schon ein Türchen geöffnet haben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Adventskalenders, mit ihm, Transkraftel, Transwichtel, LP, ist ein cooler Name, oder? Mann, die Hütte ist mega klein, das fällt mir jetzt erst zum wirklich ersten Mal richtig auf, na gut, und ich esse erstmal verrottertes Fleisch und bin runtergefallen, ernsthaft, wieso es dann noch, ich hab's gar nicht gesehen, Ne, doch nicht Achso, warte, hier, ne, ähm, so, ich nehme das jetzt selber Wir müssen hier so einen Trichter bauen, verstehst du, dann können wir da so Sachen reinwichteln Ach, ein Trichter ist teuer Ja? Ich seh was, ich hab kein, nein, ich seh ne Spinne, ich seh ne Spinne, ich seh ne Spinne Ich auch Ich bewege mich grad nicht, damit der Hunger keinen Schaden macht Ich bin schon so oft gestorben, ne Boom Was heißt Schaden, du weißt schon, so Hunger macht Ja So Ah, ist auch noch eine Spinne Oh, hier sind zwei, ah, Jackpot Da vorne ist auch noch einer Das sind drei, oh Gott, scheiße, ich werde sterben, Junge Oh nein Direkt neben der Baumfarm Oh, genau Du willst mich doch veräppeln Ey, ernsthaft? Ich hasse Skelette, die schießen immer so schnell Ja, und ich bin direkt neben einen gespawned Du hast einen richtig tollen Spawnpunkt gesetzt Ja, ne So, ich hab einen Spawnpunkt gesetzt Direkt vor unserer Hütte Ist doch bestimmt erlaubt, ne Nein, ich muss es berühren Ich muss es zur Baumfarm Oh Gott, oh Gott Hier liegen meine Sachen Hier ist alles einfach Okay, Hilfe Hilfe, 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 Momomi Nee, ich hab gerade zwei Herzen Okay, okay, warte Die Spinne und das Skelett Bekämpfen sich gegenseitig Los, schieß mich ab Schieß mich ab Genau, schieß mich ab Wir sind gleichzeitig gestorben Ja, vor allen Dingen Du hast auch voll die Spawns auf Oh, das war Oh Gott Hab ich gar nicht nachgedacht Da vorne brennt auch noch Da vorne ist noch eine Spinne Töten, einfach töten Und dann mir das Netz geben Warte, ich versuche nochmal Diese Spinne zu töten Mit der Hand Hallo Spinne Ich will nix Ich will dich nur töten Achso, ja, okay Das hat zu viel verlangt Ach, was Zwei Gunpowder So, liegt hier noch irgendetwas Die hat mich ausgetrickst Die Die killt mich Die hat mich gekillt Die Spinne? Ja, die hat mich einfach gekillt Da am Lavasee Ah, ja, okay Ich seh dich Ah, ich hab Hunger Fuck Mich nicht Ähm Dann Kümmer dich mal drum Und bring mir dann Der Netzer Das sind immer noch Seide Ist immer noch Seide Ach Gott, ach Gott Ein Freifahren Entschuldigung, wenn ich hier Den roten Fahnen verliere So Jetzt haben wir unsere Beschlägerin auch andauernd Achtung Der Fahnen kommt von oben So, guck mal Oh, wir haben ein Bett Fehlt noch eins Heuer Okay, dann können wir das hier mal reintun Voll idyllisch Einfach mal gegenseitig verprügeln Das gehört dazu Zum richtig guten Let's Play Zu einem friedlichen Weihnachts Let's Play So, jetzt haben wir schon drei Dinger Wir brauchen Sand Wir brauchen Explosionsstoff Hier ist Sand Oh, cool Ähm Hast du Eisen geholt? Nein, ich hab Weil ich hatte dir doch die Steinspitzhacke überlassen Achso Ich sollte Stein holen Eisen Nein Oh Hier hast du Hier Hier hast du hier, genau Man, das sieht immer so aus, als ob das fertig wäre mit diesem Texturenpack Und dann ist das doch nicht fertig Was für ein Texturenpack hast du denn? Specs Und Eigenedition hier noch so mit Buzzeln und YouTube und Twitter Wo ist denn hier? Da hinten in diesem Loch Da ist es da drin Tief drin Okay, die Baumfarmen fetzt auf jeden Fall Die fetzt deine Gedärme Mal weg Okay, nee, das wäre ungünstig Ach, nein Einfach so wenig Das Let's Plays Ach, ich habe nur meine Gedärme verloren Nichts Schlimmes Nichts Ernstes Ist ja täglich Genau Let's Player verdirrt Gedärme Wasab So kann ich die Folge nennen, Alter Geil Tief drin für eine neue Folge Ich habe Kohle gefunden Lass mal beide so die Folge nennen Warum? Achso, ich dachte, ich lade die immer abwechselnd Also wir laden die immer abwechselnd hoch Was? Ja Achso, ja, das können wir auch machen Habe ich jetzt gar nicht gedacht Achso, und dann so eine Playlist, eine gemeinsame Genau, weil Dass du einen an deinem Channel hast und Wie macht man das eigentlich wie Gronkh so, dass man die Playlist so direkt in die Startseite setzt Dass man da Klicks drauf kriegt Weiß ich grad nicht Weiß ich grad nicht, nee Ach Mensch, das weiß er grad nicht Ich wollte jetzt gerade wirklich die Kohle essen Echt? Ja Das ist ja ein schlauer Mensch Kohle Da starb einer Brandvergiftung innerlich Wie gesagt Was ab? Geil Oh, ja, ja, geil, geil, geil Der Discjockey rennt Geil, 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 die Disco brennt Äh, ja Hörst du aus mit den Bäumen Ja, ne Wir machen aber richtig gut Gewinne hierdurch Ja, irgendwie schon, ne Ähm, oh fuck Äh, wir müssen mal einmal für Birke Können wir auch mal verreisen So, ich hab jetzt vier Kartoffeln, die wir essen können Oder ich pflanze sie an Mach Backkartoffeln Ne, ich hab jetzt alle an gepflanzt Oder so Wir müssen richtig schnell sein Fällt mir grad ein Wir können gar nicht trödeln Das ist ja nur 24-Folgen-Projekt Eben Oh, shit Das geht schnell Shit Ey, ich hab nen Apfel Boah, krass, wie viele Bäume Mach mal ne Axt Kurz Die ist gleich im Arsch Okay, wird erledigt Und Essen Ich hab einen Halb Hungers Essen Habe ich auch schon Boah, wie viele Bäume hier wachsen Ist dat geil Ich dachte, du hast so viele Nein, es ist nur Peber Scheiß Äh, dann kannst du direkt mal dat Holz abholen Ja, mach ich Oder warte Kannst du direkt mal ne Kiste mitbringen Ja, was Sonst noch irgendwelche extra Wünsche Äh, ein Big Mac Äh, nee, leider nicht Das hab ich ja auch Ja, man Du hast so vieles nicht Von dem man sich wünscht Dass du's hättest Aber trotzdem bist du dennoch Ein toller Mensch Wir können uns ein Eisenbrustpanzer machen Geil Ja, ne Warte, ich mach mal kurz hier ein Loch Bis da So, hier fällt mal kurz so Holz vom Himmel So Da Hast du gesehen? Boah, wie viel Holz 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 Ich will Holz Wir haben hier Dohl Okay Also du hast hier eine neue Axt liegen Und Eisen ist da auch noch drin Fuck Jetzt muss ich runterkommen Und Holz Vorräter haben wir auch erstmal Oh krass Wo ist die Kiste? Wo hast du die hängen gebraucht? Ich hab die da eingebaut Okay Essen Schneeball Das Auge kann ich hier reintun Fuck Davon nimmt man keinen Schaden Na egal, ja, deswegen Einfach nur so Wupp, wupp, wupp Okay, ich kann mich leider sehr schlecht hören So Wenn ich das Ding aufhabe Tz So Und ich glaub das war's auch für die nächste Folge Und wenn ihr euch diese Folge abends anseht Dann könnt ihr wieder mal Darauf euch freuen Dass ihr morgen das weitere Türchen Und zwar das fünfte Diesmal hab ich's richtig gesagt Das fünfte Türchen öffnen könnt Und da vielleicht sogar Ein goldener Lind-Weihnachtsmann drinsteht Wer weiß Schleichwerbung, scheiße Ey Das war das Ende Extrem Terror Okay, tschüss, ne? Ciao Komm pollution Pass Musik 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 Bis zum nächsten Mal.